so dann machen wir hier mal ganz spritzig sauer weiter und zwar in doom hier neue mission ohne koffer das funktioniert jetzt hier richtig packt hier ein bisschen rum aber das ist nicht so wild hoffe ich die primär zugangspunkte zum tower wurden durch die explosion zerstört die pipeline ist beschädigt aber nicht zerstört im wartungshanger sind sprungstiefel damit lässt sich die pipeline überwinden ach du scheiße hier dämonenpräsenz gefährlich hoch, abrichtung abgeschlossen na kommt her ey was ist das alter übel was hier abhört ey das ist doch einfach ey dämonenpräsenz eliminiert, abregelung aufgehoben richtig übel der argent-tower oder argent wird heute in 1927 fertiggestellt und basiert auf einem prototyp von samuel haydens portions team er ist der größte erfolg der usc argent-energie streiten sie für die sache ach diese scheißsonne mal runter, mal hoch hier die jalousie ey, das ist totale kacke so, erstmal gucken hier wo wir sind ah, doppel, ok NEIN fängt ja super beschissen an so, da oben wollte ich mal gucken so, da oben wollte ich mal gucken rüstung mitnehmen rüstung mitnehmen dass das wird kein hit sein das wird kein hit sein los jetzt Oh, fuck. Oh, komm. Oh, wo ist der andere da? Oh, geil. War ja knapp. Komm, 90% geht doch schneller hier. Überquere die Brücke. Motionsboost 1. Hoppala. Hoch, ja. Oh, ich muss jetzt mal gucken hier, woher lang geht. Oh, Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ja. Na, überall zu hier. Na, dann kann man hier schon was machen. Drei, fünbe, fünbe. Na, dann kann man hier auch noch schwangen. Nehmen 300-Teil hinterlassene Gegenstände auf. So, das wird wohl kein Problem sein. So, das wird schon mal. So, das wird schon mal. Bombe, Alter. Na, hoch mit dir hier. Mal gucken, was wir hier haben. Zombies. Was auch sonst? Geil, geil, geil. Geil, geil, geil. Geil, geil, geil. Mann, der ist reine Munitionverschwendung, ja hier. Na, komm her. Na, ne, nicht er schon wieder. Das Problem kannst du nur mit dem Basuka lösen. Ah, cool. Ziegelfernrohr? Äh, ne. Sehr schön. Gucken, ob wir hier irgendwie geil runterkommen. Nein, 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 nein. Oh, alter. Alter. Pippen wir auf der hier, Fein. Geh da bitte da hoch. Sehr schön. Ah, sie hat einen Argent-Akkumulator dabei. Damit wird sie versuchen, von Hand an ein Portal in die Hölle zu öffnen. Der Argent-Tower ist außer Betrieb, aber die Verbindung in ihre Dimension ist immer noch da. Wir sind in großer Gefahr, Doktor Hayden. Oh, Mann, ey. Ja, komm. Alter, hier ist was los. Ego, ey. Hier vorausschauend, geil. Geht voll ab, Alter. Geht voll ab, Alter. Geht voll ab, Alter. Geht voll ab, Alter. Geht voll ab. Muster ab, Alter. Geht zuerte. Geht voll ab... Normal ist es nicht, ey. Erstmal einsammeln. Oh, okay. Na, da bin ich überhaupt richtig. Das ist ja übel, Alter. Du Scheiße, ey. Du Kacke, Alter. Schön zerlegt. Alter, verpfiss dich. Ah, Alter. Ja. 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 Das war's. Alter, der hat ja geschluckt, ey. Und nochmal. Wo ist der denn? Da ist er ja. Dämonenpräsenz eliminiert. Abwege dann aufgehoben. Wundermal, ey. Ah, da blinkt was, da löschtet was. Ja, dann ist bitte die Drumjohopse hier, ey. Ja. Ja. Wenn sie den Akkumulator in der Meer des Arzenstrahls zerstört, könnte sie ein Tor in deren Welt schaffen, das wir niemals schließen können. Oh, Alter, dieser Drumjohops hier, ey. Da rüber? Das schafft er, das? Oh, fuck. Das ist ein bisschen weit, oder? Ist ja unnormal. Kommt doch niemals hoch. Kommt doch niemals hoch. Das. Oh, wart. Nee, ey. Alle hier wegrennen müssen Boah, was ist hier los, ey? Das ist doch krank, alter! Du Scheiße, alter! Geil! Oh Gott sei Dank! Gesundheit, ganz wichtig! So, 6 Punkte, dann können wir euch immer so richtig loslegen! Boah, du kannst so viel machen hier! Reduziert die Nachleitzahl für Mikroaketen erheblich, machen wir! 5, 5, 5, da kommen wir auch noch nicht! Er fasst den Mond deutlich schneller als hier, machen wir! Verbessert das Tempo bestimmte Aktionen aus, verbessert die Effektivität von Verstärkern, verbessert die Kapität von Nachleitzahl von Ausrüstung, verbessert die Effektivität Der Weg in die Hölle ist geplastert mit Argent-Energie! Der Weg in die Hölle ist geplastet! Der Weg in die Hölle ist geplastet! Ach Gott! Das ist so weit. 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 Okay. Mann, 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 Mann. Gucken, ob wir jetzt hinkriegen. Ach so. Die dürfen mich nicht schlagen. Das ist so weit. 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 Mann, Mann, Mann. Das ist so weit. Das ist so weit. Mann, Mann. 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 Mann массmer. Mann. 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 weiter noch hier war ich doch schon mal oder ach komm legt mir doch im arsch ich habe ja kein durchblick mehr Das soll ich mal eh noch wissen, ey. Du verhinderst niemals, dass ich bekomme, was mir zusteht. Was mir versprochen wurde. Hologram. Okay. Mach Abflug. Gucken, ob hier weit liegt nichts. Hm, die hat doch ein Ding an der Waffe, Alter. Na, kommt her, ey. Oh, was zillten die da runter? Nächster. Drei, zwei, eins. 10. 1. 3. 2. 2. Töne. 1. 1. 1. 2. 2. 4, 3, 2, 1 Alter Was das jetzt passiert? Ja, nichts Hängen geblieben Oh scheiße, hängen geblieben